Im Raum München ist ein Mann am Leben gehalten worden, obwohl seine Angehörigen das nicht wollten. Viel, viel später ist er dann verstorben und musste lange Jahre Leiden und Qualen ertragen, weil die Ärzte ihn unbedingt leben lassen wollten. Und der Bundesgerichtshof hatte sich jetzt mit diesem Fall auseinanderzusetzen und musste vor allen Dingen die heikle Frage klären, können die Angehörigen jetzt einen Schadenersatz für den verstorbenen Vater fordern, der so lange am Leben gehalten worden ist. Wir klären die Rechtsfragen und ethischen Fragen, die dieser Fall aufwirft, in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke und der Fall, der hier vom Bundesgerichtshof verhandelt worden ist, der lässt einem schon die Nackenhaare hochstehen. In München oder im Raum München gab es einen älteren Herren, der schwer krank war. Er hatte Entzündungen in Lunge, Galenblase und musste mit einer Sonde künstlich ernährt werden. Jetzt gab es einen Allgemeinmediziner, der die Ernährung vorgenommen hat. Und jetzt starb und starb und starb dieser alte Herr nicht. Und die Hinterbliebenen wollten aber gerne, dass der geliebte Vater endlich von seinem Leid erlöst wird. Er wurde aber weiter am Leben gehalten. Und unter letztlich schlimmen Umständen, weil er möglicherweise Schmerzen erlitten hat, was auch immer. Und jetzt haben die Hinterbliebenen gesagt, als der Vater dann gestorben ist, wir klagen einen Schadenersatzanspruch für den Vater ein, der dann auf uns übergeht. Ich glaube nicht, dass es denen jetzt hier großartig um Geldmacherei ging, sondern sie wollten feststellen lassen, das muss doch in irgendeiner Weise sanktioniert werden, bestraft werden oder eben mit einem Schadenersatz ausgeurteilt werden, wenn ein Arzt jemanden so ohne weiteres am Leben erhält. Die Problematik hier war, dass es keine Patientenverfügung gab. Es gab also keine Verfügung, wo drin stand, was soll passieren, wenn man unter gewissen Umständen nur noch dahin sieht. Und deswegen gab es einen bestimmten Punkt, den der Arzt aber verpasst hätte, in dem hätte er jetzt die Angehörigen fragen müssen, ob sie wünschen, dass der Vater weiter künstlich ernährt wird oder nicht. Dann hätte man die Geräte abgeschaltet und dann wäre der Vater höchstwahrscheinlich verstorben. Also da, hier schon mal der Appell, setzt euch mal mit dem Thema Patientenverfügung auseinander. Ansonsten ist dieser Punkt, an dem der Arzt fragen muss, sehr weit hinten. Da muss man jemanden ganz lange am Leben halten. Hier war aber der Fehler nochmal zusätzlich passiert, dass der Arzt überhaupt nicht gefragt hat. Also er hätte fragen müssen. Es gab diesen Punkt, der längst sehr spät gewesen wäre, aber der Arzt hatte ebenfalls nicht reagiert. Er hat immer weiter am Leben gehalten. So, und jetzt wollten die Angehörigen gerne Geld haben für den entstandenen Schaden. Und dieser Schaden waren eben die Schmerzen. Und der Bundesgerichtshof musste klären, war das ein Schaden, dass hier jemand am Leben gehalten worden ist. Das Oberlandesgericht in München hat schon gesagt, ja, da wird ein Schaden zugesprochen von 40.000 Euro. Gefordert waren 150.000 Euro. Das war Schmerzensgeld und Behandlungskosten, die gezahlt werden sollten. Der Bundesgerichtshof hat jetzt ein Grundsatzurteil dazu getroffen und gesagt, Nö, es gibt da gar kein Geld für, dass hier jemand am Leben gehalten worden ist. Denn Leben kann nicht als Schaden bezeichnet werden. Im Englischen nennt man das wrongful life. Und wir können das nicht als Schaden bewerten, weil Leben ist das Schützenswerteste überhaupt, was wir haben. Das ist in Artikel 1 unseres Grundgesetzes geregelt, sagt der Bundesgerichtshof. Egal, wie schlimm das Leben dem Einzelnen auch vorkommen mag, für uns als Gesellschaft, als Staat müssen wir Leben schützen. Und deswegen kann es niemals ein Schaden sein. Damit liegt der Bundesgerichtshof auf seiner Linie, die er schon 1983 im sogenannten Rötelnfall etabliert hat. Wo ging es im Rötelnfall drum? Da ging es um eine Frau, die hatte während der Schwangerschaft Röteln. Das Kind, was dann geboren worden ist, das war behindert. Jetzt hat die Frau gesagt, es ist ein Schaden, dass das Kind überhaupt zur Welt gekommen ist. Hätte der Arzt mich früher darüber aufgeklärt, dass Röteln zu einer Behinderung des Kindes führen, hätte ich möglicherweise das Kind abgetrieben. Der Schaden ist, dass das Kind da ist. Das Kind ist der Schaden. Das wollte die Frau feststellen lassen. Und da hat der Bundesgerichtshof damals, 1903 schon gesagt, nein, auch wenn das Kind behindert zur Welt kommt, ist das kein Schaden. Leben kann niemals ein Schaden sein. Dafür gibt es keinen Schadensersatz. Leben ist absolut erhaltungswürdig. Aber, und das ist der Unterschied zu diesem Fall und auch die Kehrtwende des Bundesgerichtshofs. Damals hat der Bundesgerichtshof trotzdem noch gesagt, die Behandlungskosten selbst sind ein Schaden, die dann entstanden sind. Und die musste der Arzt dann tragen, weil er vorher die Mutter nicht aufgeklärt hat, mussten dann die Behandlungskosten, die durch die Behinderung aufgetreten sind, die sehr hoch sein können, entsprechend vom Arzt getragen werden. Und davon ist der Bundesgerichtshof jetzt im aktuellen Fall von München abgerückt. Und da sagt der Bundesgerichtshof, Behandlungskosten werden abgelehnt. Diese Schadensposition ist nicht vom Schutzzweck der ärztlichen Behandlungspflichten umfasst. Also hier geht es teilweise um sechsstellige Summen, die da aufkommen. Diese Weiterbehandlung, die dann da passiert ist, die vielleicht auch die Verschlimmerung des Zustandes. Daher sagt jetzt der Bundesgerichtshof, nein, diese Kosten müssen auch nicht übernommen werden. Und es sieht aus, als wenn der Bundesgerichtshof damit von der Rötelnrechtsprechung aus 1983 abrückt. So dass der Bundesgerichtshof hier nochmal klarstellt, Leben, was in Artikel 1 unseres Grundgesetzes geregelt ist, ist das höchste und schützenswerteste gut. Und man kann keinen Schadenersatz geltend machen, nur weil jemand versucht hat, jemanden noch länger am Leben zu halten. Schwierige Diskussion, die gerne fortgeführt werden kann von euch unten in den Kommentaren. Das hat ethische Aspekte. Man wird selbst sich überlegen, okay, was würde ich für mich wollen. Das hat aber auch entsprechend die rechtlichen Aspekte, dass man sagt, okay, rein rechtlich gesehen muss der Staat alles dafür tun, dass Menschen am Leben bleiben. Ich meine, wir geben uns Gesetze, um unsere Rasse der Menschheit zu erhalten. Insofern soll das das Höchste sein. Schreibt es in die Kommentare. Diskutiert dazu, was sind eure Positionen zum Thema Leben als Schaden. Jetzt hat sich jedenfalls der Bundesgerichtshof dazu geäußert und der BGH hat sich eindeutig positioniert. Er sagt, Leben kann niemals ein Schaden sein. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Abo da, falls euch das Thema interessiert hat. Wir sehen uns hier morgen schon wieder. Tschüss und bis dahin. Tschüss und bis dahin.